Ja, das war jetzt wieder sehr geil. Oh, hier rutscht eine Kuh seitwärts auf den Boden rum. Ja. Mal was Altes, ne? Ich weiß, wie ich das mache. Ich mache hier eine Reihe Melonen, eine Reihe Kürbisse und dann kommt hier hinten noch Zucker rein. Warte, da wachsen die? Ne, warte, da ist Platz. Ich habe noch eine Höhle gefunden. Ja, aber ich habe hier was umsonst aufgekommt. Und Kohle. Kohle nehme ich gleich mal mit. Ja. Vier Kohle. Und ein Loch, wo ich nicht rauskomme. Jetzt kommt los. Brauchen wir eigentlich Kakteen? Ja, höchstens für Farbstoff, ne? Ja, und vielleicht für irgendeine Monsterfeile oder so. Obwohl, Monsterfeile macht man lieber mit Lava, oder? Na, einfach damit man es hat. So, dann ist Farben ab jetzt mein Geschäft. Jo. Äh, ich baue mich hin. Machst du mein kleines Reich, ne? Ja. Mach das. Können wir eigentlich so viel Kies? Wie ich hier gerade abbaue? Wer fragst du mich? Ich habe mir gerne einen Kiesel. Doch. 21. Und in meiner Mine, äh, ist auch noch ein Vorkommen. Sehr gut, das hole ich mir gleich. Was, wenn du runter gingst, ist, gehst, ist, äh, links ein Gang. Also links sind zwei Gänge und den ersten nur so rein. Da ist ein Kies. Aber mit einer noch eine Schlaufe. Ich habe noch einen. Los, werf mir zu. Ich esse noch was. Du kriegst die kaputte. Oh, ich dachte, sie wären ziemlich angeschlagen. Ne. Dann hätte ich nämlich meine mit der anderen zusammengecraftet. Ach, hier sehe ich schon was. Ist zwar kein Gang, aber... Ja, hast du schon wieder gelaufen? Ja. Wegen dem Stein. Wegen dem Stein. Ich mach mir dann auch gleich mal ein Feuer zurecht, ne? Ich würde mir eine schöne Zigarre und dann setze ich mich vor den Kamin. Wenn wir ihn hätten. Ich würde hier einen Zombie fliegen, oder? Aber nur da. Willst du mal runterkommen? Lass mal an? Hören? Oder angucken? Ich wollte mich da nicht mal hinkommen. Ne. So was kann. Ich habe das Gefühl, dass es ja irgendwie zwei vorkommen sind. Ich habe Kohle gefunden. Ich habe ein sehr großes. Weil deine Steine-Schaufe ist nämlich gleich fast kaputt. Wow. Und meine auch. jetzt habe ich mal die spitze angebot das ist meine einzige ich habe bisher immer mit inventory spielte aber ich habe mich jetzt schon wieder so daran gewöhnt die sachen aus dem inventar selbst zu nehmen mein holz zombie sagt mal so ich weiß nicht, dass ich das so großartig habe das hier meinst du von fast einem vorkommen also acht stück wusste ich mir noch aus meiner grund zeitgeblingsbuchstaben wie findest du das besser wie findest du das wetter genau bist du schlau mir ist es egal also ich könnte ruhig noch ein bisschen am haus weiter bauen wir sind gerade sehr still wir sind still ja wir wollen uns wahrscheinlich aufs bein konzentrieren so ich gehe rein